ja damit herzlich willkommen zu einem neuen eisenbahn video wir sind heute mit einem rb unterwegs wir sind an neumarkt und fahren richtung münchberg und zwar auf der rotachtal bahn plus in der version 3 eine kostenlose freeware strecke mit über 200 kilometer strecken jetzt ja ich war jetzt mal unser zugeht bereit die leute steigen schon mal ein alles hochfahren ist ein richtig schöner triebkopf und hinten haben eine br 218 und hier 29 sieht man es auch nicht oft kommt mit der map und hier hinten das habe ich vorher schon gesehen haben wir eine kleine drehscheibe deutsches dampflokativ museum habe ich so in der art an und ich sehen interessant schauen wir mal vielleicht drinnen was sehen keine lockt versteckt das wäre jetzt noch witzig gewesen naja ich würde mal sagen oh da kommt was das ist eine v 200 ja das modell müssen auch mal überarbeiten ja das szenario gibt es bei racing.de ich werde es dann in der video beschreibung verlinken falls ihr das auch spielen wollt und bei der rotachtal bahn werde ich noch vermutlich zwei drei videos machen um die strecke so ein bisschen ja zu zeigen weil die ist echt echt super für mich schon ein bisschen gespielt und ich dachte ich zeige es euch auch mal einerseits hier mit der rb und das nächste mal wenn man die strecke von anderen seiten sehen wenn es nur kleinausschnitt sehen aber der ist trotzdem schon echt cool gemacht wir haben moderne signale sowie auch die alten form signale wenn man später auch nur sehen und ich glaube das sollte so nicht sein dass er das zittert komisch aber ja gibt ja schlimmere fehler mit dem sim was will oder die zitternde anzeige okay ja wir waren eigentlich bereit hoffen wir mal dass das jetzt nicht mehr länger dauert und dann geht es los und während der fahrt würde ich gern mal über news sprechen einerseits über railroads online und den kanal allgemein und ja also die fahrt wird ungefähr plus minus 40 minuten dauern wenn nichts dazwischen passiert wie zum beispiel dass mir ein 100 1000 herzmagnet oder 500 herzmagnet in die zwangsee reindrückt das erste wo ich mir darüber sprechen möchte ist natürlich railroads online ja leistung entschalten jedes mal das gleiche und zwar mache ich da aktuell keine episoden mehr ich habe ja gesagt so gibt es jetzt nur noch news updates und vielleicht keine specials aber die die hauptepisoden erstmal nicht weil die strecke ist ja jetzt komplett gebaut und es gibt einfach kein content mehr aber gestern haben sie neue patch notes rausgebracht und die da sagen ich schaue mal ganz kurz nach ich und vorbereitung das erste was sie gemacht haben und zwar für den main branch und für den beta branch ist dass sie die kappers verbessert haben dass die in engeren kurven sich nicht so schnell lösen und die unique world ist jetzt im safe game drin dort eigentlich spielerisch jetzt nicht wirklich ein impact das ist mehr für spielserver und das neue sprite system sind sie jetzt gerade entwickeln das heißt dass es im neuen beta branch update das heißt fertige also ja müssen wir sagen also gleichstücke geben sollen mit einem einfachen zug setup steht wortwörtlich so drin kann man nicht sehr viel darunter vorstellen was sie damit meinen oder wie sie das umsetzen wollen aber sie hatten gemeint dass es einerseits dieses wagen hin und her springen beim client also nicht der was der server hat sondern der was rauf geht auf den server dass es weniger passieren soll dass er vor allem dann wenn der host eine schlechte verbindung hat und natürlich generell bessere fps für server und client dass man längere züge jetzt machen kann und die höchstgeschwindigkeiten soll angepasst werden da werde ich auch mal gespannt ähm und die splines sollen länger werden ob man sie besser ändern kann pfeifen nicht vergessen ähm ja mal gucken vielleicht kommt es noch die woche raus oder nächste aber wenn es raus kommt und das ist interessant werde ich dazu natürlich ein eigenes video machen und euch das entsprechend schon präsentieren ok äh nächster halt sind 5,7 km sind immer so weit und sind noch halbwegs in der zeit auf mich bleibt es so ähm was ich auch jetzt machen möchte ist generell mehr TS2022 videos machen und zwar von der virtual district line das ist ebenfalls kostenlos gibt es bei back to the train sim schade dass ich auch da nicht vergesse den link rein zu posten in der video beschreiben sollt es vergessen schreibt es mal einfach in die Kommentare rein ist eine richtig geile Strecke eben von der district line in London wo du auch die unterschiedlichen U-Bahn-Wagen fahren kannst äh von nein also 38er Stock äh D-Stock C-Stock etc und richtig richtig gut detailliert und da kam letzten November ein neues Update raus ein recht großes wo sie auch mit Vulkan-Taktions zusammengearbeitet haben also da das Video kommt demnächst beziehungsweise weil ich das vermutlich sogar Livestream also recht Spaß macht ja was anderes als wie ja regional Intercity mal anständig U-Bahn das coole bei der district line ist auch dass sehr vieles oberirdisch ist dass es nicht nur ja quasi in der Behörde bist neben der district line habe ich mir jetzt auch das neue Update zu Train Simulator naja es ist ja kein Update es ist ja eine Erweiterung ich würde sie eigentlich als Update deklarieren und zwar ist es dieses äh wo ist denn oh Gehirn hilf mir aber jetzt finde ich es natürlich nicht Train Sim World genau das war es das New Johnies Expansion für das sie 14 Franken verlangen liebe Leute ich habe mir das schon angeschaut kauft es euch das nicht ihr kriegt es die die einfach nur drei repaints und zwar von der 1972er Typstock in einer Aluminium und Rotlackierung also ja dann die SD40 in CSX blau und grau da hat sich aber auch das Interieur ein bisschen geändert das war einfach das einzige wo man sagt hm minderndes Wert ist und ähm die BR423 hat noch ein WPEN gekriegt für die S-Bahn Köln und entsprechend gibt es für alle drei Varianten zwischen 2 und 3 Standard da ist nichts besonderes mit dabei also gibt es dafür keine 14 Franken aus wie dieser Euro wartet jetzt da auf ein Seil und holt es euch dann aber das ist keine 14 Franken mehr wenn wenn hätte ich gesagt sollte man sowas eigentlich kostenlos weitergeben oder halt mit einem Patch bringen aber kein Geld für das verlangen aber das ist typisch Stadtteil Games Geld machen wo es halt nur geht naja wo man mittlerweile Geld ausgeben kann für die Spiele das ist unglaublich so 1,7 Kilometer gleich mal da ich gehe ganz schön steil rauf hier also jetzt die Map ist echt schön gemacht weil hin und da sieht man natürlich das Alter von der Map selber der laut Handbuch ist er seit oder hat schon 2500 Stunden in das investiert und er erst mal gut ab da kommt auch schon die Angenehmung fürs langsamer werden dann schaue ich mal dass ich da nicht stehen werden kann kann man jetzt ja weitestgehend mal rollen lassen oh und da sehe ich schon wir fahren aber rotes Signal zu aber ist ja kein Problem mit dem den 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 halt haben und da ist die PCB es gibt leider für die Version 3 noch nicht so viele Szenarios für Version 2 einige ich denke mal das kommt jetzt noch weil das Update ist recht frisch also nicht den ganzen Monat erst alt einfach mal abwarten also ihr könnt es mit den alten mal probieren aber halt ohne Garantie ich schau ein kleiner Bahn steckt da also also die Bremsen muss ich mich auf alle Fälle noch gewöhnen naja das ist vermutlich unser Gegenzug der Grund warum wir vermutlich rot haben das ist einfach meine Vermutung ja gut angehalten sieht ja gar nicht so schlecht aus würde man sagen 2 plus das mit dem Bremsen hätte noch schöner gehen können ich würde sagen jetzt schauen wir uns das mal an wie der da vorbeikommt gibt es auch schon ewig einen Simulator Moin Koligi gut gut und wir können auch mal wieder düsen wenn das geht wenn die Tür mal endlich zugehen Söderle ähm mit was ich auch schon geliebtäugelt habe um das mal wieder anzuspielen wäre Derail Valley habe ich für mich schon ewig lang gespielt also alles mal so erreichen kann und jetzt kommt dem nächsten sehr großes Update mit Tag und Nacht Zyklus ah scheiße 500 Hertz ja da hätten wir mal die erste Zwangsbremsung so soviel zum Fahrplan ja ich muss jetzt eigentlich bis zum Signal schaffen ah so shit jedes mal ich dachte eigentlich bei 500 Hertz ist es erst ab 40 kmh hm muss nochmal nachgucken ok weg äh aber 40 ist angesagt ähm ja die Reveille jetzt schau ich mal grad äh nur die chin ah ne hab ich da gar nicht ach da uh und da hab ich auch grad schon schlechte News wie ich das grad seh ähm wir wollten das große Update nächsten Monat rausbringen haben jetzt aber einen Post rausgelassen dass sie es verschieben müssen ähm einfach aus dem Grund dass es jetzt so viele Änderungen hat und äh der Qualitätsstandard mittlerweile so hoch ist wegen der Erwartungshaltung der Community äh dass sie jetzt ein Feature Freeze machen und das perfektionieren und dann rausbringen finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und äh ganz gut dass sie da offen und ehrlich damit umgeben also was halt effektiv kommen soll ist jetzt dynamisches Wetter äh der Tag- und Nacht-Zügel wie ich schon erwähnt hab ähm die Simulation der diesel-elektrischen Loks soll verbessert werden genauso auch wieder von der Dampfloks äh die Uni soll komplett überarbeitet werden der User- und Safe-Manager wird überarbeitet inklusive neues Inventar-System ähm ähm es soll jetzt Sandbox-Mode geben im nächsten und äh die Übersetzung in andere Sprachen so wie halt noch ein paar kleine Fixe die jetzt nicht weiter nahm sind ähm wo sie dran sind aber vermutlich noch nicht im nächsten Update kommen das sind die Simulationen von anderen Lokomotivtypen ähm es sollen warte mal das sind 1, 2, 3, 4 mindestens 5 neue Loks sollen dazu kommen dann ein Mod-Support für die Loks find's aber sehr gut da kann die Budi dir was machen ähm dann halt natürlich neue äh Wagen sowie Güterwagen neue Industrien äh Städte und Dörfer also die Karte wird dann erweitert respektiv umgebaut da bin ich auch schon gespannt und die äh das Eisenbahnnetz was sie haben soll erweitert werden sprich zweigleisig äh elektrifizierung und äh besseres Jobsystem soll noch kommen krass das könnte nachher ein VR Train-Theme werden was du natürlich auch ohne VR spielen kannst also ich hab's meiste Zeit ohne VR gespielt hab's natürlich in VR mal ausprobiert aber war nicht so gemütlich Entschluss ne also da bin ich schon gespannt drauf also wenn das dann kommt werde ich auf alle Fälle mal ein zwei Personen nochmal machen beziehungsweise im Live-Stream und spielen es fixt mir schon an und ich wurde halt nochmal gefragt ob ich äh Train-Live nicht doch mal spielen möchte ich hab's aber ich bin nach wie vor nicht überzeugt befordert die sehen wir regelmäßig die Patch-Notes an was sie zu machen und ab und zu mal aktuelle Let's Plays ja das ist das ist für mich nicht wirklich ne Simulation das ist halt so ein bisschen Casual rumfahren Geld machen und halt ne Firma aufbauen das ist so wie ja mit aus dem Spiel könnte man das vergleichen ähm Railroad Tycoon vielleicht am ehesten weil das du halt selber Züge fahren kannst ich muss jetzt mal irgendwie einen Industrie-Gigant denken oh von Showbult das alte Spiel hätte ich auch mal den Bock das zu spielen jetzt mal schauen ob ich das irgendwo rumliegen hab ähm das was ich da vorne sehe finde ich nicht so geil das heißt die dürfen wir wieder anhalten aber ist eh auch unser nächster Halt wir sind noch halbwegs in der Zeit trotz sagen es beim so wir rollen hier diese alten Signale sind halt so schön ne Stromsignale vor die Wien Gotti Gotti Details mit den Drähten da ich glaub ich das gern dass er da 2500 Stunden rein investiert hat und ich weiß gar nicht ob ich es schon erwähnt hab aber generell das Fahrgeräusch von dem Steuerwagen ist mega nice auch von außen wenn er bei Weichen oder so drüber fährt oh das ist santer Bahnhof hier ich hab grad das quietschen ist sexy ja hätte besser laufen können mit dem Bremsen aber sieht gut aus gut schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um was wir da so haben jetzt wollen wir mal zuerst mal das hier haben schon das rein vom Boden her könnte das da hinten das Stellwerk sein und geht da hinten weiter ist halt Liebe zum Detail ähm die sind übrigens extra die Signale ähm es steht auch im Handbuch drin dass man sich die extra nochmal runterladen muss ein einzelner Güterwagen von der Zibi und vermutlich kommt auch da wieder ein Gegenzug entgegen und dann gehts rechts nach unten wo auch immer es da hingeht und ja schauen wir mal bei dem Badeübergang ob der blinkt ja tut er vielleicht nach der alten Schule ich glaub äh ich werde nochmal im Handbuch nachschauen welcher Epoche das nachempfunden ist oder die ganze Strecke ähm Teil davon gibt es auch heute nicht mehr von der von der Rotachtalbahn ich schau da gleich mal nach ja ok ich hab das PDF von der Rotachtalbahn plus den ganzen äh und in der Einleitung steht folgendes Wege ähm sie können hier die vergangenen Zeiten der aktiven Nebenbahn der Deutschen Bahn erfahren und neuen Version 3 die berühmte schiefe Ebene es wird ca. die Epoche 4 nachgebildet das sind Formsignale, HV-Signale und HV-Kompaktsignale und vereinfachte Nebenbahn-Licht-Signale verbaut ein Teil der Strecke ist im Original nachgebaut ein Teil fiktiv wobei auf Planung um 1900 basieren ähm im Einzelnen handelt es sich dabei um sieben Streckenäste und zwar einerseits äh Konach Nordhalben das sind knapp 24,9 Kilometer äh gibt's also ist real heute nur noch bis Steinwiesen Nordhalben als Inselbetrieb Quelle aus Wikipedia ähm dann die Strecke Hof nach Bad Steben ebenfalls 27 Kilometer ist real und ist noch heute in Betrieb und äh dann haben wir noch Niner und Schwarzenbach am Wald das sind 10 Kilometer war bis 1994 in Betrieb und ist jetzt zurückgebaut und dann jetzt fiktiv Max Grün nach Dürenwald das war eine geplante Streckenvariante um 1900 sowie Wallenfels nach Schwarzenbach am Wald 20 Kilometer ebenfalls fiktiv war aber die zweite geplante Streckenvariante ansonsten noch Hof nach Magdredwitz 41,5 Kilometer und Oberkotzau kommt man auf seinen Namen nach Neumarkt Wiersberg 47,2 Kilometer und was noch kommen soll in der nächsten Update ist Wiersberg nach Helmbrechts Selbitz ähm da hat er zumindest die Gleise schon verlegt aber noch nicht ausgestaltet und nach äh von Pfalz nach Gefrees und da liegen auch schon die Gleise aber nicht aus gestaltet ok die wir haben auch noch man sollte eventuell mal das Buch lesen die Rotachtalbahn geschichtet der Lokalbahn von Gronach nach Nordhalben gibt's auf www.rotachtalbahn.de und eben streckennetz 200 Kilometer mit 44 Haltestellen und einigen äh Industrieanschlüssen Streckenkarte werde ich dann auch noch mal zeigen damit es eigentlich seht's wo man es eigentlich gerade befinden und schaue ich gerade mal ähm und sonst ein Hof hat also gehen wir gerade die Features durch wo er sagt ähm selbstgebaute Gleise in vielen Varianten genauso wie die Signale ähm selbstgebaute Weichlaternen in vielen Varianten original nachgebaut die Bahnhofsgebäude in Hof und Margret Witz und die sind von Eis gebaut dann habt ihr vielleicht ab und zu schon mal gesehen bei RaceMD macht auch diverse Szenarien cooler Typ äh ansonsten fast alle Gebäude von ihm gebaut ähm speziell nachgefahrte Segmentdrehscheibe in Neumarkt Wiersberg ähm das ist das was wir gesehen haben an Neumarkt Wiersberg und selbstgebaute Hektometersteine nach Originalmaßen und halt noch die ganzen anderen Assids also die Linie so geteilt sind auch hier nochmal in der Strecke macht schon Spaß hier zu fahren vor allem hier mit so einem alten Regio ich habe auch schon überlegt ob ich nicht mit der Fahrt 200 fahre aber das Modell ist mal einfach ein bisschen zu outdated macht jetzt so viel Spaß da könnten sie einmal eine Überarbeitung machen vielleicht 3D zu oder so ich halte das auch nicht mehr so weit weg eine witzige Sache muss ich erzählen ähm zum Zeitpunkt der Aufnahmen ist gerade dieser große Sturm dort in der Schweiz und ich bin da gerade vor war es in Deutschland und Chris mit dem wir ja schon ein, zwei Videos ja gemacht haben hat mir so ein Foto schon geschrieben ähm ja Sturm in Deutschland das ist mit Ausfällen zur Rechnung und Verspätungen dann schickte er mir ein Foto von von wie es ist dass er 40 Minuten Verspätung hat heute äh wo der Sturm bei uns zu ablangen ist bin ich zum Bahnhof gegangen und dann kommt die S-Bahn mit 3 Minuten Verspätung hat Volkstürm fahrt los und dann hat es auch noch Entschuldigung gegeben mit ja tut uns leid dass es mal um 3 Minuten zu spät sind ja das war einfach von der Situation her so super in Deutschland komplette Ausfälle 40 Minuten plus und ah die Schweizer S-Bahn ja sorry für 3 Minuten hat ein bisschen gewendet aber ja das machen sie wirklich ab 3 Minuten also generell egal was für die Verspätung oder langsam werden hier ähm entschuldige sich die das ist schon echt der Luxus hier in der Schweiz mit der S-Bahn sonderseits von den Taktdrahten her und natürlich auch von der Möglichkeit bis zu schnell A nach B du brauchst de facto nicht auf den Fabel angucken wo du kannst du sicher sein spätestens in 10 Minuten kommt ein Zug der in die Richtung gefährt in die du hin bist das gleiche gilt auch für den ganz normalen ÖPNV also Bus und Tram ganz speziell in Südich da brauchst du kein Auto da fahrst du wieder tram da geht euch bitte sexy ich weiß das ist nur ne Kleinigkeit aber ähm erdet halt schon in der Gesamt-Atmosphäre wenn du halt zu faust ich hoffe das ist dann auch alles nicht zu dunkel auf Youtube wenn ja irgendwie die Videos immer dunkler äh das nächste Video werde ich auf alle Fälle am Tag fahren wenn du ein bisschen mehr siehst doch gerne mal aber da brauch ich nicht an der Stecke dafür mit den anderen alten Steuerwagen gefahren eventuell S-Bahn mit 400 L das ist der erste das ist der erste Fälle Entschuldigung Wavards hat ja da ein paar geile Add-Ods rausgebracht in dieser Richtung äh guck ich kann mal hier nach Savanne halten ich kann mal hier nach Savanne halten das ist ein Faltepunkt hier ja grad noch so Schauen wir mal naja das kann man gelten lassen da habe ich schon schlimmer angehalten mal speichern für den Fall der Fälle ich würde sagen schauen wir uns doch mal um was wir hier so haben während hier die Leute einsteigen haben wir eine kleine Abstellgruppe mit dem Nebengleis das da so was auch immer das ist Beiber keine Ahnung ob es das wirklich gibt ähm sieht aber nicht wirklich ein User aus sogar hier die Nebendetails sind gut gemacht wo das normalerweise so gar nicht siehst wenn du nicht aktiv hinschauen würdest und der Mini Abstellgruppe mit dem Holz zu der wartet vermutlich auf Ablieferung wenn man ihn irgendwo hinbringt und ein Stellwerk oh da schauen wir grad mal rein schon ein moderneres ja die wird ein Teil da haben wir sogar einen Typen hier drin schon noch heiß ja und da gehen auch die Stränge weg so die Signale Schade dass man das nicht bei jeder Strecke so hat gut diesmal mal wenn er noch halbwegs pünktlich hier ankommt na x-power x-power ah jetzt ähm ich werde mal kurz nebenbei äh Eisenbahn News mal rausholen und euch die mir kurz erzählen ah ja und falls ihr es noch nicht bemerkt habt ich werde das oder ich tue es im Nachhinein vertonen ich habe das so jetzt für mich erstmal gespielt und habe mir damals vorgenommen das mal zu zu vertonen wird auch das einzige Video sein die anderen werde ich wieder live vertonen während ich gerade fahre aber so ist es jetzt schon ganz praktisch dass ich mir halt Sachen raussuchen kann während mein Vergangenheitsich ähm den Zug hier fährt also ja ich komme gleich wieder ich schaue mal grad schnell bei der Susi äh News vorbei so dann bin ich auch wieder da ich habe ein paar News für euch ähm fangen wir mal mit den weniger Wichten an kommt davon an wie man das jetzt werten will äh bei 20 Minuten das ist so die lokale Zeitung in der Schweiz habe ich vor kurzem einen Beitrag gelesen dass wieder mal Unbekannte irgendwelche Gegenstände auf die Schiene gelegt haben neben so einem großen Verkehrsschild äh nur eigentlich gestanden wo der Zug natürlich drüber gefahren ist und wo es dann Schaden am Gleis gegeben hat aber sonst nichts weiter passiert ist wo ich mir persönlich denke wie dumm sind die Leute sowas zu machen ich meine da können Leute drauf gehen wenn der Zug im Gleis oder sonst irgendwas passiert das ist einfach absolut fahrlässig ich hoffe die finden den und das schlimmste war äh bei dem Artikel kann man drunter auch noch kommentieren und da gab es einen Kommentar mit äh ja das habe ich als kleines Kind auch gemacht bei den Tramgleisen hab da immer so Steine draufgelegt wow auch da klar die Tram fährt nicht so schnell aber es ist trotzdem einfach nur dämlich ne also kein kein Verständnis für sowas echt nicht ja dann ähm Schweizer News SBW die tun ihre Eurocity Wagen erneuern also die Eurofirma Wagen und zwar 137 Stück die wenn wir noch länger sind finde ich ziemlich cool bin mal gespannt wie sie äh die erneuern wollen und wie die dann aussehen das ist ja nicht die erste Erneuerung ähm und es soll bis 20 28 fertig sein ja genau 2028 ja und die Zahl stimmt auch nicht es sind 175 Wagen äh wo sie die renovieren wollen und die ersten äh jetzt schon das Jahr mit ein paar Prototypen soviel zu dem und die allergrößte News die ist im Zeitpunkt des Videos jetzt nicht mehr so neu aber trotzdem noch wichtig und zwar das Demo was hier in Nürnberg beendet zum Ende April die Zusammenarbeit mit dem Eisenbahnfreunden in Halle äh das ist ein Verein mit knapp 100 aktiven Mitgliedern die sind im Lok Schuppen in Halle wo sie Dampfloks und DDR E-Loks in Stand halten und auch betriebsfähig halten damit äh machen sie auch Sonderfahrten und das Demo Museum hat jetzt gesagt ähm ist nicht mehr die Loks werden unter den Lok Schuppen drin bleiben die werden wir nach wie vor sehen können aber nicht mehr fahren wortwörtlich sagen sie das Demo Museum sieht es aus Eisenbahnrechtlichen Gründen als definitiv nicht möglich an den Lok Schuppen Halle als einen Standort mit Betrieb diese rollfähigen Lokomotive zu halten und hat daher sämtliche Fahrzeuge wegen untersagt sagte der Verein was ich echt dumm finde in einem Artikel stand noch drin ähm also klar sie wollen jetzt die Drehscheibe komplett erneuern und umbauen äh dass es wieder modern ist aber es wird einfach keine Fahrzeugbewegung mehr geben was ich sehr sehr schade finde das finde ich einfach so eine feige Aussage die wollen einfach nur hier Geld sparen also die Demo können sie es garantiert leisten nachdem sie sonst überall Einsparungsmaßnahmen haben und äh in den Eisenbahnforen äh sagen sie dass sie halt das Umbaumaß machen mit Kinderspielplatz ein bisschen interaktiver äh Displays etc aber wird er nicht mehr umfahren das finde ich so so dumm der Verein muss jetzt leider umziehen äh zum neuen Standort und wird dann halt mit weniger Lokmaterial rumfahren also sie haben ja auch eigene und die Loks stehen auch woanders ja mit denen weitermachen aber die alten Sachen aus dem Debi Museum da bewegt sich nichts mehr den Artikel werde ich noch verlinken und da wäre ich auch noch ganz froh wenn ihr vielleicht dazu einen Kommentar reinschreibt in die Kommentare ein bisschen zu dem ganzen Held das ist leider echt schade 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 also gerade die historischen Sachen mit den Actions zu sehen sind etwas anderes als wie die zu sehen wie sie vor sich hin schimmeln in den Museen gerade wenn du so einen aktiven Verein hast der das ja machen würde und dann drehst du halt mein Geld dann ab naja jetzt habe ich schon drei Sachen wo ich gesagt habe ich werde die dann rein posten ins Video ich hoffe ich hoffe ich merke bei das alles es wäre vielleicht ein guter Moment um mir das einfach zu schreiben ich glaube das mache ich schon mal ich freue mich ja schon sehr wenn jetzt endlich der Februar rum ist denn im nächsten Monat geht es bei uns im Lokorama im Museum endlich los dass damit aktiv etwas zu tun gibt und da werde ich dann entsprechend wieder Videos machen beziehungsweise auch 360 Videos gerade wenn so ein Dampf Special ist und wenn die Dampflok da haben die gerade aktiv umfahren ist das gleiche auch mit E-Logs generell ich werde das dokumentieren wenn eventtechnisch was Spezielles passiert ah da freue ich mich schon drauf hab schon ein bisschen vermisst da nicht im Museum zu sein ich bin zwar jetzt im Urlaub ab und zu mal hingegangen und mal ein paar kleinere Arbeiten gemacht aber es wird schon spannender wenn halt was los ist erinnert mich auch daran dass ich endlich mal an meine Delta-Eisenbahn mal revidieren muss die Lima-Eisenbahn die ich gekriegt habe denn leider funktionieren alle Fahrzeuge nicht beziehungsweise tendiere ich eher dazu dass der alte Trafo nicht mehr funktioniert ähm da brauche ich aber erstmal noch ein Messgerät ob da überhaupt Saft rauskommt weil das alle Loks nicht gehen das ist ein bisschen schräg wissen wir trotzdem mal alle aufmachen zum schmieren und sauber machen ich bin jetzt knapp 40, 50 Jahre alt das Set was ich da habe und dann mal befahren und das da ist glaube ich ein Asset-Feder von mir das sollte nicht so blau sein das wollen wir uns auch gleich mal ansehen ich stich da müsste heraus das ist auch das einzige was ich gefunden habe was da irgendwie fehlt ein bisschen arg knallig aber wenn das wirklich so ist und jemand kennt dieses Blüge gehabt bei Zufall gerne sagen aber ich glaube nicht dass das so ein knallblau sein soll das soll irgendwie was anderes sein und da sagt die PZB wieder hallo ja ähm kleiner Side-Fact ich habe mir nebenbei ein YouTube-Video angeschaut die in England gibt es ein recht steiles Stück wo also das steilste Stück wenn man nachschaut was ist dann sage ich es gerade noch Blitz in einem Moment Binky Incline von den Midland Railways das steilste Stück und da haben sie ähm 1910 eine Lokomotive gebaut die nur als Banking-Engine beziehungsweise als Unterstützungs-Lokomotive dient die hat Entschuldigung die hat einfach nur die Züge den Berg rauf gebracht und dann wieder runter gefahren die hat nur das gemacht die war immens stark und da wurde dann später mit einer Class 9F ausgetauscht und äh man wusste nicht mehr wie schnell sie fährt weil das hat sie nicht weil man sie getestet hat einfach nur den Berg rauf und wieder runter nur für das hat man eine Lokomotive gebaut damit das immer konstant ist das ist irgendwie ja schon eine interessante Idee ja mittlerweile aber verschrottet nicht mehr existent so wir nähern uns den letzten Halt grösserer Bahnhof hier und dann war es das auch mit der Fahrt ich hoffe das hat euch gefallen und dann ziehen wir uns demnächst auch bei der nächsten Fahrt wieder wieder auf der Rotachtalbahn und eventuell fahrt sie auch mal selber es gibt übrigens für die Rotachtalbahn ähm spezielle Quick Drive Szenarien und zwar die Real Drive Quick Drive Szenarien vielleicht kennt das der eine oder andere wo man sich wie üblich ein Consist aussucht mit dem man fahren möchte und sagt halt von A nach B wo es hingeht also ganz Quick Drive typisch aber der Verkehr ist randomized sprich du kannst random rote Signale kriegen vor dir hinzu etc damit das Fahren jedes Mal anders ist und spannend coole Sache wenn man keinen Bock hat auf ein fertiges Szenario sondern mit was fahren will was dann gerade selber so irgendwie im Sinne ist kann ich nur empfehlen hab ich ein paar mehr erstmal wieder auch bei anderen Strecken ja Süddele nicht viel los auf dem Bordsteig gut kurz vor 8 ich penne der Zeit sauber anhalten ja könnte besser sein ja liebe Leute das soll es gewesen sein ich wünsche euch Spaß bis zum nächsten Mal wenn es euch gefallen hat lasst doch mal und dann mal nach oben da bis denn dann euer Bravura com J über Vielen Dank.